Ich bin gespannt ist auf jeden fall ein großes projekt ist riesig kann ich mir nicht vorstellen dass das fertig wird das was du gerade gesagt hast aber jetzt brauchst du schon ganz schön viel platz ja aber das passt aber wenn du es schaffst ist geil wir werden in diesem bauprojekt trial max einfach hochnehmen das ist der stil das ist wirklich was also wir das ding gebaut haben durchgespielt digger holy max das wirst du niemals fertigstellen der wird aber von innen natürlich ausgefüllt das ist klar oder max er wird mit lava gefüllt also mit der herzlichen kriegt eine cremige füllung genau okay dein plan dahinter ist ja jetzt max was zu bauen was noch nie so groß gab richtig die ist bewusst dass du dein privatleben da an der stelle dann noch einfach knicken kannst oder geht wir müssen uns ja wir brauchen halt noch circa 200.000 glas dann läuft die farm vollautomatisch dann kann ich mich auf karen stellen und der honig wird über nacht hergestellt wenn alles klappt aber selbst das wird trotzdem noch wochen dauern guck mal das hier ist so geil das finde ich so geil siehst du das hier max guck mal was ich gerade mache einfach die ganze zeit einfach da runterrutschen so geil das ist geil start it geh zum herr weißt soll ich dir soll ich dir ein bisschen helfen und ein paar blöcke gibt es echt nicht ne du wolltest ja schon bei der bienenfarm helfen das geht nicht das ist halt ein aber spark hilft ja auch ja spark musste auch helfen aber ich habe ja auch hier schon beim ausbuddeln geholfen also das problem ist ich habe ja schon was gemacht wir müssen so viele vom projekt ausschließen wie es geht wir bräuchten 80.000 holz 80.000 holz ja 80.000 holz kann ich dir nicht geben dann muss ich sabotieren ich würde wirklich gern mehr machen aber ich habe auch noch ein großes bauprojekt wie heißt das der wald bei einer riesige danke danke ich kriege gerade übertrieben viel dankeschön von meinem chat dass ich mitgeholfen habe mega nice ich habe mir vorne gestern riesigen berg aufgehobelt ausgehoben hört erstmal zu und gefüllt mit farbo und werde jetzt hier eine unglaublich fette festung bauen also eine festung die es noch nie so gegeben hat voll befestigt mit kanonen ich werde meine palisade mit tnt kanonen an jeder ecke befestigen und dann werde ich das alles zu einer schaltung verbinden und dann drücke ich einen knopf und dann schießt es drum herum sauviel tnt das ist so mein plan ich habe sogar den plan also eure farm ist ja direkt daneben dass ich das da halt hin auch hin baue ich weiß nicht ob das eine gute idee ist muss ich mir noch überlegen aber das habe ich so ein bisschen vor also ich bin mehr so auf der seite dass ich halt so waffentechnologie und sowas halt machen möchte da sehe ich mich halt drin hast du das oder holst du dann immer ne so ein tnt kanonen zu bauen ist nicht so schwer das kriege ich hin ich habe auch tatsächlich also alles was destruktives in minecraft kann ich ganz gut da bin ich gut drin kaputt machen kaputt machen und geile sachen bauen das kann ich dann doch so eine atombombe quasi also ich habe dann so ein emergency button weißt du max und so einen großen knopf und wenn mir einfach jemand auf den sack geht dann drücke ich da drauf verstehst du da fliegt einfach alles in die luft finde ich chillig eigentlich ist auch ein projekt oder aber vorher muss erst mal die festung hier stehen also ich habe auf jeden fall auch noch gut was zu tun ich würde euch ja echt unglaublich gerne helfen ne aber ich habe jetzt schon alles gegeben was ich kann ich finde max der honig golem spiegelt deine persönlichkeit perfekt wieder weil es ist es ist eine sehr stumpfe geschichte sehr sehr stumpf und simpel gleichzeitig auch mit sehr wenig ästhetik und wenig funktionalität das ist ein bisschen so wie du soll ich sie ganz gut zeigen soll ich sie ganz gut zeigen also du wirst jetzt wieder nicht da weg kommen ich habe keine zeit ich bin ich bin beschäftigt aber darf ich dir kannst ganz kurz was präsentieren vielleicht und gerne ja verstehe ich aber ich will dir kurz zeigen nur damit du das ausmaß begreifst du hast ja ein relativ simples projekt in der form weißt du und das mit liebe zum detail zu machen das ist ja noch was anderes ne ich habe gar nicht um das gebilde sondern woraus das ding entsteht ich sehe jetzt hier nicht den honig golem ich sehe 300 bienen die acht wochen lang rund um die uhr honig produziert haben ja 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 ich verstehe das ich verstehe das aber so wenn zum beispiel da eine volle festung ist mit geheimgängen und so einem scheiß und geiler verteidigung und allem drum und dran das ist doch auch geil das kannst du doch nicht die nein fühle das gar nicht aber dann dann verstehst du dann hast du auch einen anderen spielstil glaube ich das ist ja klar sowieso du verstehst minecraft auch nicht so wirklich glaube ich habe noch nie ausgebaute minecraft nein jetzt darfst du nicht wieder lügen max wir erinnern uns an unser zusammen projekt da hast du ein haus gebaut da hast du ein haus und das war sehr hässlich und da hast du richtig erkannt da hast du erkannt häuser kann ich nicht und deshalb brauchst du keine mehr und das war eine weise entscheidung von dir das wird eine sehr sehr geile und wilde burg werden das kann ich versprechen ich glaube das wird naja das könnte das geilste projekt werden bis dato das könnte dass das schönste und ästhetischste projekt werden und vor allem das bewaffnete projekt genau schau mal max siehst du unten den biegen siehst du alles in diesem orangenen bereich hier ne ja was hier abgesteckt ist und das hier vorne stell dir vor du hast game of thrones geguckt ne king's landing hier vorne eine riesige festung unglaublich groß komplett riesige mauern ein mauerwald zwei mauer weil drumherum mit wasser und allem drum und dran was dazu gehört eine riesige festung mit brücken und bergfried und farmen und häusern drumherum das wird hier gebaut das ist noch mal aufwendiger als das projekt von dir größer und detaillierter muss ich leider sagen aufwendiger aufwändig auf jeden fall definitiv ich brauche dafür sicherlich länger ich brauche dafür deutlich länger es ist auf jeden fall aufwendiger weil du halt symmetrien einhalten muss und ich habe halt nicht einfach nur einen blog den ich nutze sondern 20 30 verschiedene und sie dir mal den aus sie dir mal das ausmaß an wir haben allein schon acht tage den ozean leer geschaufelt und das ist auch viel aufwand keine frage aber ich glaube halt sowas komplett fertig zu stellen dauert zwei monate weißt du was ich meine ich bin gespannt ist auf jeden fall ein großes projekt ist riesig nur kann ich mir nicht vorstellen dass das fertig wird das hast du gesagt hast du brauchst du schon ganz schön viel platz ja aber das passt aber wenn du es schaffst ist geil so spark weiter geht's mehr hopper mache ich dir also hier oben stand wieder mal wirklich alles still klar die minecrafts sind ein albtraum sagt dass sie ein albtraum sind wollen wir eine wette machen max wie geht die ja wer zuerst fertig ist ist eine dumme wette weil ihr werdet zuerst fertig sein wer im endeffekt das geilere hat was länger in erinnerung bleibt das werden safe leer sein ja weil es so simpel ist meinst du weil das mappen weil das majestätisch ist es ist viel zu groß eine riesige festung ist schon auch krass wie brauchst du spark ein stack anderthalb stacks denke ich und ich glaube ich kann alle eure minecrafts mit hopper ersetzen da hinten steht auch schon wieder das nächste auf der obersten fahren ganz ganz oben ich muss mich ganz kurz mit meinem architekten kurz schließen fabo wenn wir eine wette mit trimax machen wärst du da und wette ich will erstmal die wette hören wir müssten uns mit konga und rotpilz noch kurz schließen konga hat irgendwie gesagt er will das sprengen wenn wir da was bauen in dem bereich ja habe ich gerade mehrfach im chat gelesen wir müssten die krassesten leute dafür gewinnen dass wir dieses ding fertig bauen bevor der hohlig golem fertig ist das schloss wir müssen einen plan haben wir müssen das irgendwo vorbauen und ich würde gerne später ein voting darüber haben wer das krassere gebaut hat also ob du wir hier ein krasses schloss bauen als letztendlich der hohlig golem der ja eigentlich sauerk und simpel ist einfach nur aber das ding ist der hohlig golem hat den vorteil dass er übertrieben groß ist und deswegen krass aussieht und schwer zu farmen ist ja aber wenn du jetzt mal überlegst also ich glaube kommt drauf an was willst du hier so ein riesen schloss dann hinbauen ein riesiges schloss mit bergfried mit geheim engen mit mit wahnsinn zeit wir sollten rotpilz fragen der grindet unaufhaltsam dann sollten wir vielleicht mit crocodile andy reden joe craft und dann brauchen wir noch so ein paar paar farmer weißt du was ich meine die einfach items reinkloppen warum kokodent und joe weil du da krasse redstone technik reinhaben ist auch aber joe ist einfach ein crazy grinder der ist jeden tag da am kokodent die ist halt architekt hockworts ne leute es wird es wird was ähnliches es wird fantasiemäßig aber es wird krass glaubt mir ich habe schon so ein ungefähres design im kopf und ich glaube dass wir bauen einfach irgendwas also ja es soll aber ein schloss werden es wird kein schloss es wird eine riesige burg festungsanlage und jetzt kommt die wird von außen komplett mit kanonen bestückt mit tnt kanon mein plan ist es einen roten knopf zu haben in einem geheimen bunker wenn man den drückt dann schießt das ding unaufhörlich immer weiter und zerstört alles drum herum außer in meine richtung und was ist mit meiner richtung müssen wir dann gucken okay dann haben wir hier unser projekt wir müssen schweig wir werden in diesem bauprojekt schweig einfach hochnehmen das ist der stil krass ich denke mal das werden wir hinbekommen aber max hat eben eine aussage getroffen stege und das hat mich getriggert das würde ich jetzt auch triggern max hat gesagt basically dass das das einzige ist was jemals von kraftedek in erinnerung bleiben wird dass der rest meaningless okay weißt du und das fand ich das fand ich dreist er hat gesagt ne dein haus alles was du jemals gebaut hast wird niemals in erinnerung bleiben und max hat den true purpose von kraftedek gar nicht verstanden der war bei kraftedek viel nicht dabei als wir 80.000 zuschauer haben und wir uns mit roleplay um die häuser gejagt haben den ganzen cringe scheiß gemacht haben der weiß gar nicht wie das projekt funktioniert max denkt wer die größte farmbot hat gewonnen aber so ist es nicht denn gewonnen hat nur immer die gruppe und nicht ein einzelner spieler und damit damit klären wir ihn ein guter tag talk geil oder so und jetzt gehen wir wollen das spiel let's go